Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer Folge Let's Play Smyth mit Anirouki. Wir machen eine Runde Au Quang in Jungle. Ich glaube, ich habe das nicht gepackt, den richtigen Skinder zu denken. Aber egal, hier sitze ich jetzt ohne Robertal, weil es scheiße warm draußen ist. Und mal gucken, wie die Runde läuft. Wir machen zwar Jungle, keine Solo-Lane. Weil ein bisschen mehr Jungle-Gameplay wurde sich gewünscht. Von Mel ist nur einer Person. Aber es ist Casual, das heißt, mit Twilight ist hier nichts drin. Aber es sieht ganz gut aus. Wenn ich mir die Gegner so angucke. Ich hoffe, wir laden jetzt auch mal. Bitte. Junge Dame, wer liebt denn hier so lange? Es ist der Rama. Los komm, Rama. Hopp, hopp. Kau, das ist Internet. Bei Disconnect einfach. Ist auch cool. Au Quang-Folge, bleibt Au Quang-Folge. Bro, wir sind geile. Eist. Bambas. Ah, ich glaube, die Circuit weiß auch nicht, was sie bauen will. Wir bleiben Brazor-Troll. Äh, treu. Troll. Äh, treu. Oh Gott, das Circuit-Build. Okay. Den schönen Galantenbogen. Ich mag Bullshit-Spieler, die einfach mal Bullshit zuspielen. what do I ever be it it all depends on what you feelin from me. Let me show you all the way. Let me show you all the way. Sein. You're the whole figure of it. Let me show you all the way. Let me show you all the way. Schau doch, was ich mir die هنا setzen. Ja, ja, viel Glück, Kiebo. Mit dein Mirror Match. Wir haben alle Mirror Match, schnell mit der Mitte auf jeden Fall. Oh! Herkules ist Mitte. Das kann mich jetzt überraschen. Herr Poseidon ist Mitte. Das ist noch viel überraschender. Jetzt machen wir mal das Beatball als erstes. Wir machen es mal mit den Help-Port rein. Habe ich quasi nicht, ob ich die Top-ray-Lavage hatte? The voice that carries numbers get me astray. Hm. Too soon to act on it can we ever be. That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the ways. 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 Yeah. Let me show you all the ways. Let me show you all the ways. Let me show you with me. Let me show you all the ways. Te行. Ach egal, scheiß drauf. Habt ihr nicht gesehen? Hm. So zusammen. Oh. Dieses Vampir-Toll. Das war ja mal ein krasser Poseidon. Das war ja mal ein krasser. Das war ja mal ein krasser. Das war ja mal ein krasser. Das war doch ganz gut. Das war ja mal ein krasser. 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 Ja ja mal ein krasser. Das war ja oneforest, da war ja ein krasser. Das war ja krasser. ist doch auch sowieso egal was man baut denn alles ist stark wie lange die Polly dabei ist aber jetzt muss ich ganz schnell mit er direkt mitgeben immer noch auf der menschen ist richtig cool nicht sein so vorsichtig bitte klären sie jetzt nicht die wave Ja, Circuitation an den Tower, so gehört sich das. Inzwischen hat er auch noch Damage. Na, wer kann uns meint, das zu machen? Ist halt Risky. Da war es noch ein Speedbar und dann gehe ich zurück. Ich habe Angst, dass Nibling gerade einsammelt, denn sie ist wahrscheinlich jetzt nicht die hältst du. Oder? Doch, ok. Okay. Das war's für heute. Dann langsam unser Hypo-Top-Player-Dunge, weil er richtig gut ist. Beziehungsweise hat's richtig gut, der gefällt mir einfach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, hallo, bin aber in hier. Oh, ruhe. Oh, hallo, bin aber in hier. Oh, Titan's Day. Oh, hallo, bin aber in hier. 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 Oh, hallo, bin ich. ein Ege ist gegen den Kraken von Poseidon übrigens also hauptsächlich gegen Poseidon ich könnte mir auch ein Beats holen aber ich glaube dass der Kraken nicht irgendwann in irgendeiner Situation abfacken wird also noch nicht jetzt aber könnte ja passieren so Hier, hier, hier. Passt ja perfekt zur Musik hier alles. Bin ich sehr gut. Es wird nicht alles so geschnitten. Mach meine 3. Ich würde sagen, Geld kann man ruhig ein bisschen was shoppen gehen. Und zwar, aber sonst das Gold. Aber die Circle ist echt vollpitzig. Wie geht das? Ja. 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 Ich bin auf ganz schnell den Speed-Buff. Mit 15.2 kann ich mir das Game auch richtig schön für mich. Blödsinn, ist wirklich. Weil ich bisher Hi-Rez auch mal zu schwach. Fuck! Hat er gerade Kraken noch gemacht? Wie es über allem The Greatest Strike schreibt. Ich muss halt öfters noch die Freizeit gekriegen. Motivation nennt sich sowas. Das ist ein Heppo. Ein Halbzeit Heppo. Ein Halbzeit Heppo. Und... Hopp! Blödsinn ist tot. Brauche ich nichts machen. Hoffe ich. Trust in mein Team. Ah, wir haben zwei Runden. Okay. 16.3 Über Runde. So, jetzt hier noch ein bisschen Teamloben, weil wir nicht verloren haben. Danke dafür schon. Tschüssi, A3. So, wenn euer... Hiroki. Ah... Nehmt Stopp. Die Zahlen? Weil ich lasse die Zahlen noch. Um... Richtig zu sehen, wie krass ich die Carried habe. Fehlt natürlich. Dürfen die Zahlen ja nicht fehlen. Siegesbildschirm? Bitte geh weg. Ah, 17.000? Oh, ca. 2.000. Ah, ca. 2.000. Die Not. Der ist ein neues Recall drin ja? Okay, da sind unsere Schütze und Rennreer Hiroki Adios